So, da sind wir wieder. So, heute ist es eigentlich wieder gehen. Ich wurde gerade von den Viechen gerichtet, weil ich gestorben bin. Äh, Quatsch, weil ich gerade nicht bewegen konnte durch die komischen Gnacks. Keine Ahnung, was das gerade war. Ähm, ich glaube ich jetzt auch nicht wirklich. War halt nur das Minion. Kann passieren. So, jetzt hol ich mal erstmal den Blue. Äh, ist natürlich jetzt... Ah, den Assist habe ich auch schon gehabt, alles klar. Und dann gank ich gleich mal die Mid, sobald ich das habe. Ich bin nach Level 2. Gut, ich habe mich jetzt zurückgeworfen, dieses kleine Problem. Ich muss jetzt gerade mal rausgehen aus dem Game. Äh, ist natürlich doof für diesen guten Jankencounter, der am Anfang... Das war irgendwie vorauszusehen. Und dagegen noch ein Stang, das besser als ich momentan. Na, klasse. Das freut mich ja immens. So, das haben wir uns hier noch. So, dann schauen wir mal, ob wir hier eventuell... Oh, 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 oh. Ja, das haben wir noch bekommen. Schade, dass wir zu spät waren. Ihr habt einen Gegner getötet. Ihr seid der Angesignisse. Gut, dann holen wir uns hier die Viecher kurz, gehen Level 4. Oh, hier habe ich auch kein Mann, aber erst fertig sehe ich gerade. So stehen geht das alles? So, zeigen wir mal in meiner Regeneration. Auch nicht schlimm, dann gehen wir ganz ruhig mal weg, bevor wir weitermachen. Level 4 erreichen wir jetzt. Um uns das Ding hier nochmal, obwohl ich würde euch reichen, um anzurennen. Ich brauche 90 plus 55 bin ich bei... Bin ich bei 144. Ob ich das schaffe jetzt, wenn ich da rein renne? Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich. Aber ich habe mal gekrotzt, naja, gut, okay. Dann gehe ich da aus meinem Back. Oh, wie sollte mit dem Ding, sollte ich eigentlich noch... Das wird ein Schiff. Hier hinten die Wölfe schaffen können, das ist ja nichts, das ist ein bisschen noch. Durch das Farmen, den er da gerade war, habe ich auch noch ein bisschen Dings dazu bekommen. Ein Gegner wurde getätet. Attack und den greife ich an. Und ciao. Ja, wunderschön, haben wir das auch geschafft. Ich versuche halt, wirklich, es ist ja sicher, mit Chaco zu spielen. Das Video hat mir gerade, obwohl es auf Englisch war und der Typ eigentlich nur scheiße gelabert hat, hat es mir doch so einiges über den Umgang mit Chaco irgendwie beigebracht. Ich weiß nicht, ich komme mir jetzt irgendwie sicherer vor. Ich weiß nicht, warum. Wir werden das gleich rausfinden, ob ich wirklich sicherer geworden bin. Ich habe schon mal ein Video mit Chaco gemacht, vielleicht sogar schon zwei. Momentan ist halt das Problem, da ich so viele Videos brauche, ähm, weil ich hier zwei Dinger mache, äh, kommen nicht schnell genug neue Champions und das Maler verdienen ist, äh, das EP verdienen ist ja sowieso so eine Sache. Wisst ihr ja sicher, wer das Spiel spielt. Darum ist es sehr schwer, sich schnell neue Champions zu holen oder halt, äh, die entsprechenden Runen für Champions und so. Deswegen möchte ich auch nicht jeden sofort ausprobieren, sondern spiele einige doppelt und dreifach, was aber im Endeffekt auch nicht viel ausmacht. Denn es ist ja immer eine andere Situation, immer andere Gegner, immer anderes Ende. Mal gewinnt man, mal verliert man. Daher soll das eigentlich nicht so sein. Jacks AFK, ich hoffe nicht, aber ich glaube auch nicht, dass der AFK... Hä, wieso sollte der AFK sein? Ist doch hier. So, sehr schön. Ich sollte gleich wiederkommen hier. Dann hole ich mir ganz kurz mal hier... Die... Ich frage mich sowieso, es gibt ja so einen Typen. Es gibt da so eine App, wo du dir hier... Wurde sich dir ansagt, in 20 Sekunden taucht der auf, in 20 Sekunden taucht der auf. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt legal ist. Alles da, äh, ein Dingswilling haben. Kein Problem. So. Ah, da ist er. Alter, komm her. Komm her. Oh mein Gott, der soll sich beeilen. Los, komm, tut ihn. So, sehr schön. Die XP nehme ich selbstverständlich mit, er werde nur den Buff haben. Thank you. No problem, bitte. No problem. MP. Ja, machen wir doch gerne. Übrigens, falls ihr neu sein soll, das ist so das typische Prinzip, dass... äh, der Mitländer den zweiten Wachstu kommt. Ähm, weil... Oh, ich vergesse ich, ich vergesse jedes Mal was. Back, 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 back. So. Stülp, 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 Stülp. Sehr schön. Jetzt will ich noch mal Mana regenerieren. Während ich die Viecher hier einfach so blab machen. Und dann trinke ich noch einen Prank mit der 6. Und brauche jemand Hilfe, da braucht niemand Hilfe. Hier wird Hilfe gebraucht, aber ich muss gucken, was das bei das klinge. Der Thomb ist da noch ganz sicher. Sehr nice. Sehr nice. So, dann habe ich mir jetzt auch mal hier ganz schnell... Hilfe! Oh mein Gott. Der kommt her, los, 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 es kommt her, komm her. Ja, komm her. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. Aber ich habe keinen Mana mehr, das ist doof. Da könnte ich jetzt nicht viel machen. Out of Mana, da war jetzt nicht mehr viel zu holen. Ähm, dann holen wir uns mal das Ding hier. Und dann noch mal los. Bamm vor den Turm. Aber hörst du doch weh. Der ist fast down. Äh, steht 8 zu 5. Ich soll euch langsam mal mit Jungle... Oh. Wollt ihr mir den Jungle nehmen, oder was? Ja, der hat es vielleicht nur umgetan. Hat er aber nicht gemacht. Das eine hat mir den Geist geholt. Was mir jetzt nicht so noch nicht stürmen würde, denn so sind wir hier nicht. So. Der Geist ist noch da. Los, kannst du schieren. Genau. Ich beachte mich gar nicht. Ich dachte, du solltest mich nicht beachten. Boah, das ist ganz schön schlimm gerade, er. Ich kriege keinen Mana zusammen. Kannst vergessen, wie. So, der Reiser hat wieviel Leben? Vollleben, da komme ich nicht ran. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. So. Ich hoffe, die haben nicht gewartet jetzt hier. Glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, wir holen uns den S.A. immer. Boah. Kann nicht sein. Komm schon. Komm schon. Boah, das kann echt nicht sein, ey. Was war denn das jetzt? Ich habe nur eine Millisekunde zu spät gesehen, dass sie kein Leben mehr hatte. Und bin deswegen auf die. Ich habe den Jumps deswegen nicht in ihre Richtung gemacht. Und schon verkackt, ey. Das kann echt nicht sein. Jetzt werde ich gehatet. So, schön. Klasse. Ulti verballert. Das verballert. Das verballert. Das verballert. Juhuuu. Fängt gut an, dafür, dass ich gerade optimiert war. Dann hole ich mir jetzt mal den Dings, ja. Da bin ich Level 7 wenigstens. Und die haben jetzt natürlich extrem Kills gemacht. Äh, in dieses habe ich, ja, gefeiert. Machieren, machieren. Der ist halt das Gefildeboden. So. Dann machen wir hier mal drauf. Geht down, geht down, geht down, geht down, geht down, geht down, geht down. So. Und von hinten wieder bis dahin. Schwupp. Und hier noch. Ah, ich hab jetzt jetzt ehrlich. Flasch, das ist natürlich geil. Und dann gehen wir mal. So, Moment. Den stellen wir mal hierher. Dann geht der auf mich los. Hau drauf, los, hau drauf. So, naja, also. Dann sind wir gleich mal in der 8 gekommen. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Ne? Äh, hier hinten ist alles okay. Der ist ein Level über dem. Äh, nein. Äh. Moment, dann habe ich auch die Lebensregeln. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig jetzt momentan. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Sonst chopper. Wir sind schon wieder auf dem selben Niveau. Sehr schön, sehr schön. Der Reis ist hier. Der ist hier. Der Jackson ist unterb isolate mir auch noch hier. Ach, ich hatte das. wenn wir ein Zeichen hier bestellen. Jaco kommt. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Kill him, kill him, kill him. Ja. Nice. Naja, U2 gegen 1 ist scheiße. Ah, ich habe meine Ulti nicht gehabt. So, wir sind hier mal. Ich spiele sicher mit Jaco. Ich weiß jetzt, wie es geht. Haha, ja genau, siehst du. Ähm, guck ich mal 100 Angriff habe ich mit Level 8. Ich habe 1 Kill, 4 Tote. Alkohr-Staylor, sei irgendwas. Ja, das ist geschrieben, Jax. Ist ja Jax tot? Nö, keine Ahnung. Keine Ahnung, was will ich mir miss? Red Buff. Und was haben wir hier? Ja, 2 Level 9. Maschieren, maschieren, maschieren. Euer Team hat einen Turm zerstört. So, machen wir das so. Er stirbt. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen malen. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr angreifen, als du bis gerade eben. Ich habe dieses, äh, zurückgehen, äh, zurückgehen. Natürlich wird das hier noch ganz kurz. Komm, lass mich dich töten, ohne viel Schaden zu nehmen. Ein Gegner wurde getötet. Ich stimme doch. Das hat gut geklappt, auf jeden Fall. In pain, no mana, good job, you too. Alles klar. Dann gucken wir mal hier ganz kurz. Ob wir den Dragon machen können. Dragon, Dragon, Dragon. So, und go. Dragon mit 2 Jugos ist natürlich extrem geil. Oh, wenn ich gerade mega Schaden kriege. So. Jugos und Dragon gemacht. So, Bernhard. Ich kenne keinen Bernhard. Ich kenne keinen Bernhard. Oh mein Gott, darf das 4 an, darf das 4 an. Dauer. Was geht da hinten los? Hände ich? Ne, das schau ich noch. Flupp und back. Mit 780. Das heißt, ich kann mir jetzt, äh, die zwei Dinge hier noch leisten.